Was immer du gemacht hast, Two Dicks kamen in der Boxhalle vorbei, war stinksauer. Was hat er gesagt? Hat sich mit nem Boxer angelegt und mit der Waffe rumgefuchtelt. Hat zu einem von seinen Jungs gesagt, er wäre dann in Wilcox's Saloon. Trainier du weiter für den Kampf. Ich kümmere mich um das Arschloch. Anfänger Oh, 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 oh! es haben sie sind ja ein echtes ass danke dass sie mein truck zurückgeholt haben sagen sie mal könnten sie ein schießeisen gebrauchen ich bin okay arty hat mich vor kurzem angerufen hat mich 20 minuten lang angeschissen wollte mich unbedingt in mama regettis bäckerei treffen wo immer das sein mag ja keine sorge das dauert nicht lange gut dass sie sich um ihn kümmern keiner erhebt die stimme gegen grand perdu kamerad eine frechheit darf ich einen tipp geben fernhalten von der mafia dann lebt man länger Dein Geld ist bei mir immer am sichersten, Chef. Wehe, du verlierst das. Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Ich könnte hier in South Downs ne Lieferung gebrauchen. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Okay, ich zeig, was du auf Lager hast. Ich glaube, das war's erstmal. Hoff mich an, wenn du mich brauchst. Ich bin liquid, was du an? Das war's. Ich bin die Dinge. Ich weiß nicht. Ich bin die Musik. Ich bin die Musik. Ich bin die Musik. Ich muss ein paar Ziele in South Downs loswerden. Na klar, bin gleich da. Ich weiß nicht, wie sie draufkommt, dass ich das Land... Ich weiß nicht, wie sie draufkommt, wie sie draufkommt, wie sie draufkommt. Ich weiß nicht, wie sie draufkommt, wie sie draufkommt, wie sie draufkommt. Ich weiß nicht, wie sie draufkommt, wie sie draufkommt, wie sie draufkommt. Ich weiß nicht, wie sie draufkommt, wie sie draufkommt, wie sie draufkommt. Ich weiß nicht, wie sie draufkommt, wie sie draufkommt, wie sie draufkommt. Ich weiß nicht, wie sie draufkommt, wie sie draufkommt. Ich weiß nicht, wie sie draufkommt, wie sie draufkommt. Scheiße, ich bin getroffen! Ich erledige dieses Arschloch. Ich weiß nicht, wie sie draufkommt, wie sie draufkommt. Ich weiß nicht, wie sie draufkommt. Da, da, seht ihr ihn? Ich gehe in Deckung. Ich habe ihn entdeckt. Verdammt, wie das steht.